Musik Mir gefällt vor allem die enge Verknüpfung zwischen Praxis und Theorie. Dass du den Aspekt genauer anschaust. Und auch durch die sportpraxis-Erfahrungen, die wir sammeln, kannst du deine eigenen Interessen anpassen. Mir gefällt es sehr gut, dass es in Bern ist. Aber auch Dozenten sind sehr freundlich und ihnen ist wichtig, dass sie auch den sozialen Aspekt mit uns pflegen. Das Studium für Sportwissenschaft der Uni Bern ist sehr anwendungsorientiert. Das heisst, wir bearbeiten in der Lehre Themen, die auch tatsächlich für Praxis relevant sind. Ein Bachelor wird eher noch thematisch breit unterrichtet und der Master ist dann sehr viel stärker berufsfeldorientiert. Man arbeitet häufig mit Kooperationspartnern zusammen. Das sind zum Beispiel Kliniken, Schulen oder Verbände. Man versucht den Studierenden diese Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, die dann auch den Berufseinstieg erleichtert. Ich hatte bei der Uni Bern die Möglichkeit, einen Major-Minor zu wählen. Ich habe dann im Hauptfach Sport genommen und im Nebenfach BWL und später Medien und Kommunikation. Das war für mich das perfekte Setup, mich beruflich selbstständig zu machen. Ich bin CEO von Unique Sports und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Freude an Sport und Bewegung im Bereich Fitness und Freizeit weiterzugeben. Als Sportwissenschaft kannst du deine Studienplanung individuell auf deine Interessen und Ziele anpassen. Sie bieten Coachings an für die Studienplanung und auch ein Mentorat. Wir haben am Institut eine sehr moderne Infrastruktur, was natürlich auch günstig ist für die Digitalisierung des Studiums. Wir legen aber dennoch sehr grossen Wert auf Präsenz, weil man halt doch sehr viel lernt in der Gruppe, miteinander. Und darum ist zusammen vor Ort für uns unglaublich wichtig. Für mich haben die ganzen theoretischen und wissenschaftlichen Informationen extrem viel gebracht. Gerade heute, wenn ich komplexe Sachen an Kunden, an Mitarbeiter oder an möglichen Partner erklären muss. Mein Name ist Fabian und ich bin im ersten Semester vom Master in Sportwissenschaft. Ich bin Julia Schmid, ich bin Dozentin am Institut für Sportwissenschaft an der Uni Bern. Ich bin Nick und ich habe am Institut für Sportwissenschaft den Master in Sport Science mit. für mich. Her Yea. Es ist